Liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wir, das Ministerium für Heimat, Kommunales Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen, wünschen Ihnen ein frohes und ein gesegnetes Weihnachten. Gerade an Weihnachten werden in Familien, in Freundeskreisen vielfältige Traditionen gelebt. Und Weihnachten ist Heimat Nordrhein-Westfalen, genauso wie in der gesamten Bundesrepublik. Und vor diesem Hintergrund wünschen wir Ihnen ein friedliches Weihnachtsfest 2018, einen guten Rutsch in das Jahr 2019, dass Ihre Wünsche in Erfüllung gehen, all das, was Sie sich vorstellen. Und wir haben Dank zu sagen, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unseres Hauses, genau wie in allen Behörden in Nordrhein-Westfalen, weil Herausragtes in diesem Jahr geleistet wurde. Viel tritt am 1. Januar neu in Kraft für dieses Land. Viel mehr Freiheiten, die auch mit mehr Verantwortung einhergehen. Aber wir sind uns sicher, wir bringen gemeinsam dieses Land auf den richtigen Weg. Für Sie als Bürgerinnen und Bürger dieses Landes frohe und gesegnete Weihnachten.